Der Erbin ist es immer um die Rückgabe der Zeichnungen gegangen und nicht um einen Geldbetrag. Also es lag Ende des Jahres ein Angebot auf dem Tisch, das sehr hoch war. Und ich sage Ihnen jetzt eine Fantasiesumme, auch wenn jetzt 20 Millionen geboten wären, würde die Erbin das nicht annehmen. Sie hat sich nicht für das Geld interessiert, sie wollte die Zeichnungen haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr emotional bin und mir ist das sehr am Herzen gelegen, dass die Erbin das noch erlebt. Und das ist für mich die größte Freude eigentlich an dieser Lösung. Vielen Dank.